Okay, was nehmen wir denn dann? Niemand kann mich stoppen! Mich, den Schrecken der See! Niemand kann mich stoppen! Mich, den Schrecken der See! Ich bin Gummi, du bist Stahl! Oh! Du hast gewohnt! Gib mir deinen Schatz! Du Badewannenkapitän! Der Schatz gehört dir! Wir haben Beute gemacht! Okay, mal gucken, jetzt ganz kurz nochmal die Seekarte, ich weiß nicht ob es reicht, aber wir ziehen nochmal kurz in den Hafen, quatschen nochmal den alten Kenny an. Na logisch, was hast du? Nein, ich möchte kaufen. Und zwar möchte ich jetzt die Schmerzspender 2000, mal gucken ob der Schatz reicht. Jawohl! Ha! Die Kohle reicht! Wunderbar! Ach so, ja, jetzt muss zurück. Und jetzt haben wir Kanonentyp 5 und mal schauen, wohin uns die Reise jetzt trägt. Da haben wir wieder neue Piraten! Eieiei, das wird immer härter, glaube ich. Joho, wo seid ihr, ihr Elenden! Nein! So, komm schon! Na los, na los, na los, na los, na los! Rein da an die Ladung! Donnerlütchen! Nein! Donnerlütchen! Nein! Go, go, go! Nein! Nein! Ach, Mist! Ach, nochmal! Na los! Ach! Feuert aus allen Auroren! Feuert aus allen Auroren! Stopft alles in die Kanonen! Ja! Ja! See! Wer bist du? Ähm, das sieht ja aus entweder wie Guybrush Threepwood damals oder wie Barney Stinson. Naja, äh, Barney, ich bin's, ne? Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben! Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben! Ah! Ja! Okay, mein Herz rast, denk ich an deine Beseitigung! Mein Herz rast, denk ich an deine Beseitigung! Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung! Hört, hört! Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer! Außer wenn ich in dein Gesicht reinbläh! Na gut, das ist leider nicht die richtige Antwort, dann probieren wir mal was anderes. Ähm, äh, ähm, 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 dann winke ich artig und sage Ade! Verdammt! Nein! Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ähm, sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Haha! So, das mit dem Plädoyer, können wir das vielleicht jetzt gleich mal benutzen oder, oder eher nicht so? Nein, du bist hässlich, du bist blöd. Niemand kann mich stoppen, mich den Schrecken der See! Niemand kann mich stoppen, mich den Schrecken der See! Ich bin Gummi, du bist Stahl! Für wahr, für wahr! So, dann geht's weiter mit, überall in der Name, äh, überall in der Karibik wird mein Name respektiert! Überall in der Karibik wird mein Name respektiert! Zu schade, dass das hier niemanden... Verdammt! Nein! Gib mir deinen Schatz! Äh... Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon! Naja... Mach tschüss! So, haben wir wieder ein paar Antworten gelernt und jetzt gehen wir zu den furchterregenden Piraten direkt hin. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser! Aber ich bin Guybrushed Threepwood, ein mächtiger Pirat! Ich bin Guybrushed Threepwood, ein mächtiger Pirat! Dass ich nicht lache! Ähm... Das wird langsam unübersichtlich, aber ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer! Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer! Dass ich nicht lache! Du und welche Arme... Nein, verdammt! Du bist gut! Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier! Ähm... Den Stahl in der Hand... Dann fuchtel damit nicht rum wie mit einem Staubwedel... Hm... In meinem Metier... Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté! Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté! Ja! Haha! Okay... An deiner Beseitigung... Das hatten wir schon, äh... Kapituliert... Himmel bewahre... Ich glaube, wir hatten soweit hier alles, ne? Respektiert... Hatten wir nicht schon alles? Ein jeder hat von meiner Schwertkunst kapituliert... Das ist doch, glaube ich, hier mit Mundgeruch oder irgendwie sowas... Also ich glaube, wir haben hier soweit alles, kann das sein? Hm... Beleidigung und, äh... Das war, glaube ich, ein Formaldehyd, oder? Himmel bewahre! Für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung! Ich bin Gummi, du bist Stahl! Okay... Hm... Ein jeder, das hatten wir auf jeden Fall schon... Tja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt nehmen sollen... Wirst du eingeäschert oder einbalsamiert? Aber das kennt der auf jeden Fall, das haben wir ja auch schon gesagt... Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung, kennen wir ja alles schon... Oh nein! Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Oh, was Neues! Äh... Sterilisiert, 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 sterilisiert... Äh... Letzten Monat habe ich Schöner Segeln abonniert! Letzten Monat habe ich Schöner Segeln abonniert! Verdammt! Nein! Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon! Naja, mach... Tschüss! So, dann geht's gleich weiter... Furchterregend Pirat! Runter von meinem Deck, du Seegurke! Aber ich bin, naja... Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat! Dass ich nicht lache! Kennen wir ja langsam alles schon! Okay, sterilisiert! Haha! Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich bin Gummi, du bist starb! Verdammt! Die Antwort wäre mir lieber gewesen, du Unhold! Was können wir denn da machen? Ein Plädoyer? Nehmen wir mal das Plädoyer mal wieder! Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer! Ach ja? Aber sowas von! Zumindest kriegen wir mit ein bisschen Glück einen Schatz raus! Ja, fühle ich den Stahl, ne? Und so! Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier! Ach ja? Aber gucke mal, wie du hier verlierst, mein Bester! Haha! Du hast gewonnen! Natürlich! Gib mir deinen Schatz! Der Schatz gehört dir! Wir haben Beute gemacht! So! Und jetzt gehen wir mal ganz kurz mal schauen. Das sind noch furchterregende rrrrrurrirr Piraten! Captain Rècheliè will ich noch gar nicht! Hol wir uns nochmal an. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Doch, aber jetzt lüge ich nicht. Okay, ich dachte, wir können uns vielleicht die anderen Piraten noch ausnehmen und Schätze zusammensammeln, aber wir haben den ja schon irgendwie ausgenommen. Naja, dann lass ich dich mal am Leben. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. Wir haben Beute gemacht. Stimmt doch gar nicht. So, und jetzt geht's auf nach Port Polo. Hallo Kenny, na du kleiner Mann. Aber ja, ich hätte gern ein Kanönchen. Jedes Kanönchen macht ein Tönchen und ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massaker. So, dann haben wir jetzt, ach guck mal hier, die sehen auch viel geiler aus jetzt hier langsam. Mit Joystick und Gasflaschen und hier so ein Raketchen und Zielsucher. Dann wollen wir das Ziel mal suchen. Das Fragezeichen Schiff. Hier ist es. Und es sieht bösartig aus. So bösartig und schwarz, wie meine Seele. Ihr Elenden groggurgelnden Schweine. So. Na los. Na los. Heieiei. Ein heiterer Kampf. Eine epische Seeschlacht. Na los. Verdammt. Na los. Au au au, die sind richtig gut Nein, daneben Okay, jetzt aber Also Na los, na ist er nicht Ja, das war schon harter Tobak, aber wir geben natürlich nicht auf Und nochmal das Ganze, wirklich furchterregende Piraten Das ist doch kein Problem für die Seegurke Na, fängt da super an So Und nochmal Okay, Konzentration Scheiße, ich meine, Ova Flu, welch Ungemach Ach, jetzt noch gegen den Wind steuern So, wieder ein bisschen auf Abstand gehen Nein Na, ich komm hier nicht mal raus, lass mich Ja Ja Ich würde gern mit deinem Zinken ein Feld flügen, aber naja, ich nehme auch deinen Schatz Deinen Schatz oder dein Leben Viel Glück, Junge Okay, was haben wir denn da Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt eigentlich sterilisiert? Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich zittre Ich zittre, ich zittre Zurecht Duganovische Nase Äh, was haben wir denn noch Da haben, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon Kennen wir alles schon Fühl ich den Stahl Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier Verdammt Nein Äh, ja, aber wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet Touché Touché Okay, äh, was haben wir denn da noch, nimm, 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 plädoyer, kennen wir alles schon Eigentlich haben wir nur noch eins, was wir nicht kennen Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer Dass ich nicht lache Du und welche Armee Die, äh, britische Himmel bewahre Für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung Sagt der Typ mit dem 10 Kilometer Zinken Eine Beleidigung Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung Ne, war das jetzt das Richtige? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung Ach, es war das Falsche Nein, nein, nein Nein Ach, verdammt Wir waren einmal, wir waren kurz vorm Sieg Und ich nehme natürlich das Falsche, naja Ist ja noch nicht vorbei Bye.